so ab heute gibt es mal wieder was neues im shop und zwar diese rail diese picatinny rail dieser adapter für die hp max das ganze ist genau passend für die 11 mm dovetail hier wird aufgeschoben lässt einen entsprechenden freiraum für die rundmagazine deswegen der hoher ausschnitt aber natürlich kleine eigenwerbung sind meine stadtmagazine auch nutzbar fixiert wird das ganze hier oben in diesem schraubenloch über eine mitgelieferte schraube die madenschraube die drin ist muss dabei nicht verändert werden die paar gewindegänge die noch übrig sind reichen aus das ganze ist ein langen loch damit man hier noch ein bisschen fein justieren kann so dass das gefällt und es mittig ist und dann mal kurz anziehen dann sitzt das ganze bombenfest das ganze ist in zusammenarbeit mit kevin kellermann von kk magazine link zu seinem shop für edda magazine und andere armbrustzubehör unten in der video beschreibung für jeden verkauf bekommt er natürlich eine lizenz gebühr das ganze gibt es ab jetzt bei mir im shop auch der link unten in der video beschreibung